Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Animal Crossing Neue Horizonte. Ja, das Spiel habe ich lange nicht mehr gespielt, aber heute wird es Zeit, dass ich das spiele. Ähm, ja. Ich simuliere hier jetzt momentan privat alles. Ich habe hier so viel mit der Indel angestellt, das ist alles komplett neu. Ich habe jetzt gerade etwas getrunken. Ähm, Moment, ich tue das kurz herrichten. Kamelenzähm, dadurch, weil wir das nicht haben, ich trink das sehr oft. Machen wir hier irgendwas, nehmen wir hier trotzdem irgendwas. Ich schau mal. Ja, es kommt hier hin. Eher nicht. Ja, Apfelsaft trinke ich auch manchmal. Marmelade. Ja, könnte man verwenden. Gibt es auch Birnensaft? Oder Birnen? Da gibt es wahrscheinlich auch. Da habe ich das. Machen wir einfach das Tomatenpüree. Das kommt der Wahrheit schon ziemlich nahe. Kleiner Spaß, aber... Ja, das geht schon gut. Äh, klar. Wo haben wir es? Tee. Also ja, das sind noch... Die müssen wir ja setzen. Scheiße. Das wird sofort gesetzt, ne? Ich habe alles wirklich neu gemacht. Das ist wirklich urkrass, was ich jetzt sehen werde. Das ist echt... Terraforming machen wir. Ich habe wirklich so viele Leute auf der Insel gemacht. Großes Update auf unserer Insel. Deshalb, ja, war es auch bei mir so. Habe ich lange ein Video gemacht, weil ich das alles geupdatet habe. Einen Moment. So. Die Toilette habe ich hier hingestellt. Gut. Äh. Ja, super. Super perfekt. Ja, wir gehen mal raus. Wir haben heute einen Auftrag, denn... Ich war ja auch einen Monat lang mal nicht online. Und da war das Problem... Mareila ist anscheinend von unserer Insel gegangen. Andere Bewohner haben sich ungemerkt angesiedelt. Also, es wird Zeit, dass wir hier mal gehen. Mira ist auch nicht mehr da, glaube ich. So, ich hole jetzt einmal Amiibo für Mareila. Ich habe mal Mareila. Prost, Briefkasten. Ja, also erstens einmal den Bocken, der kommt gleich weg. Aber darum geht es nicht. Schaut euch einmal, wie es hier, diesen tollen Spielplatz an. Ist noch nicht fertig. So, cool, ja. Schaut, so, Ria. Um mitzufahren, also, ja. Dann noch so, äh, für die Eltern. So ein Lieben. So ein Schuss, ein Klappenzwerg. Und Hennuswitzschiff. Damit die Kinder untereinander online spielen können. Natürlich mit der Online-Mitgliedschaft. Und hier noch alles, warte. Jetzt schau, habe ich hier etwas. Okay, also, hier noch so. Dann ist es, damit die Kinder da können hochklettern und so. Das wäre auch ganz lustig. Aber ja. Sonst ist da eh nix. Genau da habe ich noch immer was in Pflanzen. Da habe ich aber nie. Ja, das habe ich einfach. das soll einfach nur für die drei sterne insel gut für hat es mehr ist damit nicht dabei das passt ok jetzt zum moment der wahrheit nareile wir gleich beim ich habe schon privat da mich darum darum gekümmert dass sie morgen von unserer insel zieht wir müssen jetzt nur sie ansprechen ja war ich ja noch gar nicht okay ich war noch gar nicht okay es war wegen deshalb fragt nicht ich habe selten geteilt vor wird aber einmal damit ich damit ich heute das video drehen kann sonst aber nicht da habe ich schon sehr viel allein gegönnt ist ja wirklich so ja ich habe viel oft kein gemacht wie es wir dann sehen kann so genau perfekt wir können dann gleich nochmals irgendwie schauen ob sich was verändert hat drei sternen war das letzte mal mache alle anders zu dir auf dem campingplatz sicher doch immer gerne ich gieße hier noch mal durch wann komme ich super du bist ja ich schon morgen sehr aber ist gut da wurscht du entschließt dich wahrscheinlich heute wird gesagt sie entscheidet sich heute melinda ich brauche dich ganz kurz ich möchte das insel image von ihr wissen ja genau von dir oh tobias schön dich zu sehen aber fällt mir ein wie ich meine letzte ansage eingekündigt habe können wir jetzt verordnungen anlassen das sind regelungen die auf der insel bestimmte veränderungen bewirken können wir haben entschieden dass es unsere insel sprecher dich um solche verordnungen kürzt ja mache ich gerne ja genau das ist das ja insel verwaltung ja genau nutze die option in der verwaltung wir haben heute nichts mit insel verwaltung wobei da kümmern wir uns auch gleich darum jetzt sollte ich glaube heute mit dem unkraut fertig sein oder morgen ich glaube morgen erst mal gut so augen zu halten ja was sagst du denn ich freue mich immer voll auf wird ganz kurz das ist hier falsch das passt alles weil da habe ich ja da habe ich da kommen ich habe ich noch ein paar sachen also da passt alles da machen wir uns bitte keine gedanken das ist kein problem schau mal gleich mal ob sie irgendwas nices gibt 2000 ja ich habe etwas investiert fahrt durch wenn ihr euch jetzt denkt wieso ist das nicht freigeschalt ja ich habe gesagt ich habe ein paar Änderungen vorgenommen und mir ist bei manchen aufgefallen das gebe ich zu naja die habe ich anders machen müssen und zwar so ich habe da ein paar dinge also nicht die also wir haben ein paar habe ich ein paar dinge gelöscht da habe ich das spiel drauf geladen hat dann dort noch das gemacht installiert die das ganze reinigt das spiel und da ist das hat verloren gegangen danach und auf die switch genau das war aber ich will das spieler ohne mod spielen deshalb auf der switch ja da gibt es auch mit online und alles das ist einfacher viel einfacher als auf der anderen hallo aber wie gesagt ja hier war ist die nicht heute schon weg wo wurden sie gerade warte mal wir haben ja noch jemanden den wir hallo sagen also das ding ist ja morgen ist mir weg das heißt da ist morgen schon wieder ein haus frei ist kein problem ja ah ja stimmt die ladesequenzen klappen das war es ja und ich muss sagen dass ich jetzt so ich habe genug zeit alles gut dann machen wir das kurz heute ist unser ziel mal rein zu bekommen ja wie gesagt es wird erst über morgen kommen das ist ja ganz klar es kann auch sein wie gesagt ich bin mir nicht sicher wenn das sich dort heute da und dort zu gehen wenn man das im nächsten tag der ist der morgen aber Marelle kommt sowieso erst die nächsten tage das heißt das ist wurscht aber wir werden jetzt einmal das herstellen was ich meinte wenn ich aus versehen nur einmal und nicht zweimal ich bin mir jetzt gar nicht sicher ja also aber jetzt machen wir mal das und dann ich es ziehen wir sehen so ok kurzer lernen wo ist die wo ist die ja ich wollte jetzt gar nichts ne eigentlich wollte ich jetzt gar nichts machen das einzige was ich wollte ist das schauen was wir dafür brauchen ist das eh schon hinzugefügt so mal ganz kurz hoch scrollen was macht das hier oben ja was will sie denn nun mal so dass ich habe es jetzt wirklich ja ja ich glaube schon ich bin jetzt gar nicht sicher fahren muss ich nochmal ja wenn es das wäre wir haben eh gleich eine Bergbank hier stehen beziehungsweise die sollte hier stehen bankomat also die habe ich per hand ok aber ich stelle nichts her was wir nicht verwenden kann ist so ja ist außerdem will ja es ist etwas wie soll ich sagen ja nicht so ok es war der ok jetzt kurz controller spielen natürlich immer mit meinem switch pro controller ist ja ganz klar der beste controller für die switch so aber es ist keine werbung so ja ja das ist doch toll den stelle ich mal her gestalten wir schon nicht um aber jetzt sind wir schon mal eine reile da wir dann nicht umgestaltet sonst nimmt die nicht die die dieses obwohl ich mir extra die arbeit mache um zu färben dann nimmt sie nicht das ist halt auch Nintendo das ist halt auch Nintendo Deutschland ne ja das ist halt auch ja nicht verständlich na gut so bitte ja also die dwelling wo 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 die Aber Roland ist schon hier, weil sonst, ich werde hier noch verrückt langsam, beziehungsweise ist noch hier. So, warte, jetzt schau mal, so, eins, zwei, drei, vier, ach so, da, da, okay, mit, so, so, ja, Fischi, 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 ja, ich habe immer die Goldsachen, ich weiß, könnt ihr euch gerne kostenlos auf meiner Insel abholen, beziehungsweise, wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann dürft ihr es euch kostenlos abholen, sonst nicht, ja, also wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann dürft ihr euch, wenn ihr, ähm, genau, dann könnt ihr mir, ähm, sende ich euch meine Freundescode, ihr müsst sogar noch in der Videobeschreibung stehen, könnt ihr euch mit mir befreunden und, ähm, könnt ihr dann in Animal Crossing New Horizons ganz einfach schreiben, was ihr wollt, dass ihr, ja, bescheu ich euch, ich kann mal Code, ah, Code ihr nicht, aber wurscht, hey, ich kann mal ein Ente pfeifen, so, komm her, komm her, verdammt noch mal, du Blöderfisch, ich möchte jetzt das Museum besuchen, bitte, das ist, ja, gut, das sieht sehr, sehr, sehr gut aus, ähm, ach so, das muss ich, ich hab da, ich habe es so viel umgesiedelt, da müsste noch klar, ja, so, okay, ich hab da bloße angelegt, ja, nichts besonderes, ja, das ist eine Bühne, das mache ich manchmal, ja, eine viele Stunde, die man ca. noch auf, ja, soll kein langer Part werden, nur halt ein bisschen leer, also, ähm, heute möchte ich auch so stiften, perfekt, okay, das andere haben wir schon, das andere Ziel, nein, danke, Moment, nicht, vielen Dank, ja, super, perfekt, alles gut, nee, eigentlich nicht, so, wir können gleich da rein filmen, was sie heute für ein gutes Angebot haben, so, gehen wir mal da rein, Nuxlaan, machen wir das gleich jetzt, hallo, hallo, willkommen, Nuxlaan, ja, gerne, so, äh, erstens einmal, mein lieber Schlepp, weil, ja, ja, also, ich hab hier nix besonderes, natürlich, aber ich hab hier so einen kleinen E-Fisch, ja, wie gesagt, ich brauch nette Sternis, ich möchte nur, dass ihr bitte den, ja, vielleicht den anderen passen mal sehen, bringt, dass ihr den braucht, ja, okay, ähm, ja, also, erstens einmal, 640 ist sehr günstig, aber nein, das ist mir ehrlich gesagt dafür, dass es nicht schön aussieht, viel zu teuer, ja, so, das sieht mal aus, Kühlschrank, genau, Kühlschrank steht eh, also, bis zu 60.000, genau, 60.000, schlag ich zu, Kühlschrank, da kommen jetzt unsere Lebensmittel rein, ja, ganz wichtig, was ist das? An der Zimmerdecke, danke, ich bin nicht so interessiert, danke, es ist super, koche ich immer gern, wirklich geil, super, ne, so, ähm, was ist das? Ja, Picknick, immer geil, ne, also, jeder, ne, also, ich mach jetzt persönlich selten Picknick, aber wenn man's macht, immer geil, war nie schlecht, immer super, ne, also, perfekt, ja, da gibt's nix, ja, ich brauch ein bisschen was, ähm, äh, aber, du wisst schon, was ich mein, ähm, ich brauch wieder Kohl, aber ich hab hier noch 7.000, so, also, erstens einmal, wir gehen, ähm, kurz dann, so, so, ich hab hier immer zum Glück nen tragbaren Bankomaten, so, ähm, hier, warte, genau, ab 92, ich geh ja auch im Bus, also, beziehungsweise, keine, ich fahr nicht auf, damit geht, 92, ah, na, ist ja auch lustig, weil, mein Ding, ne, ich fahr nicht auf, ehrlich gesagt, ich verwende das andere Busse öfter, weil, der ist, ehrlich gesagt, das sind andere Busse deutlich mehr, ist wirklich so, ne, also, aber, ich bin, manchmal fahr ich mit dem, ne, wenn, muss ich ja deutlich mehr knappt, so, ähm, ja, so, was ich da jetzt vergrabe, sind vermutlich vielleicht schon 10.000, aber, so, ja, genau, das passen eh, jetzt, ich, ähm, möchte hier leider, hab ich gesagt, 10.000, so, raus da, in den Geldbeutel, so, und jetzt noch kurz, warte, Bankomaten, alles gut, ist kein Problem, vertrauben wir das jetzt einmal, vergraben, nein, Leute, man kann das nur bei diesen Dählöcher machen, also, wir können von mir aus auch einmal das machen, ich weiß, es gibt da einen Trick, ich persönlich verwende den aber nicht, weil, ich hab eh alles Gold, ergt sogar, das ist sehr interessant, dass wir das jetzt bekommen, genau, jetzt, sieht es einmal weniger aus, aber Golderz, das ist interessant, aber, wie gesagt, Golderz ist sehr selten, was kommt da jetzt bitte raus, ähm, ja, warte jetzt einmal, bitte, das, was ist das für eine neue Bastelanleitung, normale Angel, toll, okay, also, wie gesagt, also, wahrscheinlich, weil wir die Anleitung schon hatten, so, Stoße fällt, ne, super, und das, okay, sonst gibt es nichts, super, perfekt, sonst, ähm, was ist sonst noch gut, zu erledigen, ähm, so, Steiner, genau, nochmal, 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 Steiner, Reiner ist auch hier, gehen wir mal zu dem, meine Kollegen, apropos, mir fällt ein, was ich noch nicht habe, und das werde ich jetzt sofort machen, weil das stört mich einfach, ne, eine Brücke, Bonn, ich hab, also, eine Brücke an einer Stelle, so, ähm, ich weiß, wie viel da circa zu bezahlen ist, deshalb hebe ich dann die Last ab, ähm, Bankomat circa, das sollte eigentlich ausreichen, was ich jetzt abhebe, schon noch, passt eh so, 300 Sterne, 300, 300 Sterne, es sollten ausreichen, ja, wir können schon, Deko-Profi-Lizenz, wie viel kostet das, ja, das ist, äh, ja, das hat keiner gesehen, die Switch ist rausgefahren, weil ich auf die draufgekommen habe, also, ist rausgehen, dann, so, alles gut, so, jetzt braucht ein zweiter Bildschirm, mit dem ich spiele, genau, so, ist jetzt egal, äh, Tomok, ich brauche dich kurz für die Bauberatung, da bist du ja erste Klasse, sag ich dir, ja, superperfekt, naja, also, vor allem, machen wir gleich, aber jetzt geht's erst mal dachten, ne, Lager machen wir noch gleich, aber jetzt geht's auch mal, auf, gegen hier, ja, genau, eine Brücke, also, wie gesagt, ich möchte jetzt hier nix, ok, also, 300,000 Sterne, es reicht vollkommen aus, persönlich habe ich hier einmal die genommen, die sehr schön ist, so, gehen wir es mal durch, zu klassisch, leider nix, ist okay, ja, das sieht immer ein bisschen so, wie soll ich sagen, so ist es günstig aus, ja, aber ist, ist jetzt, ist jetzt ganz schön, ja, Holzbrücke, ich möchte immer so einen Rand haben, damit man nicht runterfallen kann, oder sich anhalten kann, wenn ich mir persönlich, bin ehrlich, ich habe da immer Angst, bei einer Brücke runterzufahren, wenn die keinen hohen Rand haben, ja, deshalb nein, die Brücke würde mir sehr gut gefallen, aber da ran ist nicht so, da habe ich wirklich Angst, runterzufahren, ist leider wirklich so, ja, ja, also, die wäre okay, aber erstens einmal, das ist überhaupt nicht schön, und, ja, äh, da ran ist, ja, wobei, das ist okay, also, die ist super, schaut uhrschön aus, ist aus Eisen, und ist auch wirklich von meiner Farbe her, Lieblingsfarbe, persönlich, und auch wirklich gerade, das mag ich, die wird auch sehr gemocht, äh, wir mögen auch sehr viele, die Brücke, äh, F, habe ich ja, ne, also, Japanbrücke, ja, aber, ah, ist halt zu hoch, ah, warte, schreibt es in die Kommentare, wenn wir mal was ändern sollen, aber, ah, das ist so schwierig, ah, theoretisch, es ist leider, ich habe, ich habe, glaube ich, vielleicht auch schon mal die, weil, also, diesmal leider, die verwende ich da, und die kann ich nicht verwenden, für diesmal die Hängebrücke, es ist zwar, es ist wirklich, äh, ihr wisst ja, ich habe viel zu viele Sterne dabei, aber, okay. die Verwaltung, ähm, Vorarmungen, ja, perfekt, ja, ah, 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 bitte, jetzt räumen sich alle mal, ja, ganz sicher, alles gut. Nee, danke, alles gut, alles palettig. Ja, eine Sache gibt es aber noch, die bespreche ich sofort, noch mit Tom Nook, Engel daran. Ich habe jetzt nichts, aber, die Kosten sind nicht das Problem, aber etwas mit meiner Tausche, aber jetzt muss ich circa, warte, lass mich ganz kurz überlegen, 300 ist zu wenig, 700 pro, okay, dann circa, lass mich ganz kurz, 400, machen wir jetzt einfach nur das, und wir können den Bankomaten für die Brücke abheben, 700, nehm mal 400.000. Entschuldigung. Entschuldigung. 4, 1, 2, 3, ach so, mir geht gar nicht. Ja, ja, das ist scheiße, ähm, ich komme gleich wieder, Tom Nook, ja, bis gleich, bis gleich, tschö. So. 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 Wir legen hier kurz etwas ab, ja, ist leider so, so, Golderz, wir holen es gleich wieder rein. So, okay. Ablegen. Ablegen. So, jetzt sollte es ja wieder gehen. Und jetzt rein, zu Tom Nook, erneut, so, 5 Minuten haben wir noch, das sollte sich ohne Probleme ausgehen. Und der Brücke, ja, das schaffen wir. Wenn wir jetzt angasen, geht es sich auch so, jetzt noch schnell ist man im Lager, dann ist das morgen alles erledigt, wir können uns das anschauen, ja. Heute ist der 11.9, ganz wichtig, wir spielen Relive, wo es auch online kommt, ganz wichtig, Leute, das mache ich ab jetzt immer, wenn ein paar Videos fehlen, ich habe die gelöscht, weil ich möchte ab jetzt wirklich das so machen, aber ich nehme am selben Tag auf, selben Tag online. Das liegt mir wirklich sehr viel, also wenn ein paar Videos fehlen, tut es mir leid, ja. Ah. Ja, schnell, wir haben nur noch 4 Minuten. Lager weiter. Ja. Ich bin so dumm. Bitte. Ich habe vergessen. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. So, kurz ab hier. Mach das doch. Jetzt Speedrun, Speedrun. Speedrun beim Komar so schnell. Ich bin immer im Stre... So, okay, jetzt ganz ruhig. Die 3 Minuten sind uns auch schon durch, ja. So. Wie viel muss ich abheben? 400.000. Na, mach mal gleich. So, 600.000. Okay, dann halt so viel. Das reicht sicher auch, wenn ich meinen in die Tasche bekomme. Ist okay. Okay. Hm? Okay, passt. Okay. So, jetzt aber wirklich. So, super. Und jetzt noch kurz zur Brücke. Und das haben wir alles morgen ein. Wobei, können wir auch jetzt machen. Die 10 Sekunden sind wurscht. Leute, ihr seht. Ich wollte noch was einpflanzen machen, wie morgen versprochen. Ich habe schon wieder mit einem Part zu uns Zeit Stress. Ich überlege, ob ich jetzt ab morgen wieder 2 Parts mache. Weil ich bekomme das in einem Part alles, was ich machen will. Am Tag nicht über. Ist leider wirklich so. So, die Brücke. Wo wollte ich die? Hopp. Wer wohnt hier? Rex? Nee. Ich wollte es noch näher von Roland eigentlich machen. Was ist mit rein? Ah. Das ist so. Das ist echt. Ich überlege mal, ob ich heute wirklich noch ein paar darstelle. Also wenn ja, dann liegt es daran, dass es nicht anders geht. Schauen wir. Schauen wir. Vielleicht sehen wir uns ja heute noch mal wieder. Gut. Dann ist es hier. Jetzt müsst ihr ja passen. Sonst führ ich hier ein bisschen was auf. Kein Bearbeiten. Hier ist gut. So, perfekt. Dann müssen wir gar nicht erst überlegen. So. Perfekt. 58 Sekunden der Zeit. So. Jetzt können wir das Ganze einsammeln. Wie viel Kohle haben wir jetzt genau? Okay. Das ist nur viel. Aber okay. Wir... Das stimmt schon alles überein. Das geht schon klar. Hab ich schon? War aber hier schon. Okay Leute. Dann beende ich jetzt erstmal das Spiel. Ihr seht die Uhrzeitdatum. Vielleicht sehen wir uns bald nochmal wieder. Bis dahin. Haut an, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.